Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assets unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die Pets, die wir in der Warfront im Ratschhochland bekommen können. Und das sind eine ganze Menge. Und zwar insgesamt sind es hier 9 Pets, die wir kriegen können. Und ich möchte euch die 9 zeigen, beziehungsweise mal so ein bisschen auch abfliegen, wo wir sie kriegen. Die droppen nämlich alle 9 von Rare Mobs um die, ja, um die 10% würde ich in etwa sagen. Droppen die also, es geht sogar von der Drop-Chance. Den allerersten, den ich euch zeigen möchte, der befindet sich hier oben bei den Koordinaten 12, 53. Und da haben wir den Werten Zorn-Schnabel und der droppt hier das Pet von, ja, seiner eigenen Gestalt quasi einmal. Und ich würde sagen, wir fliegen dann gleich mal weiter. Der hat ein bisschen mehr Life tatsächlich, der ist bei 1,5. Also da sollte man vielleicht schon eine Gruppe haben oder man braucht sehr, sehr lange, um ihn runterzuklopfen. Den zweiten, den ich euch zeigen möchte, ist hier ein Bär. Der liegt hier schon tot auf dem Boden. Jo, Großer heißt der oder irgendwie so ähnlich. Und der droppt sich auch selber wieder als Pet. Und zwar haben wir hier Gnatz, auch so ein kleiner ausgemägelter Bär. Und der befindet sich hier auf den Koordinaten 15, 31. Dann fliegen wir noch ein bisschen weiter nach oben. Und zwar das nächste Pet, um was es geht, ist ein kleiner Baum, Schössling von Aldrus. Und der droppt hier von einem großen Baum, und zwar Zweigfürst Aldrus, der hier oben rumläuft. Und zwar hier bei den Koordinaten 22, 20. Und jetzt müssen wir ein bisschen weiter fliegen. Und zwar das nächste Pet, was wir uns angucken wollen, ist hier Lehrenzappler. Und dieser Lehrenzappler droppt von Darbell Montrose. Und die befindet sich da hinten in einem Lager. Und zwar ist die hier oben auf den Koordinaten 50, 36. Und die befindet sich oben in einem Haus drin. Und da muss man immer so ein bisschen gucken. Die anderen Rares, die hier auf den Höfen sind, die variieren immer ein bisschen, ob Allianz Horde hat. Ich glaube, sie ist immer da. Also sie kann man immer unboxen. Und zwar ist sie hier oben normalerweise im Haus. Im Moment ist sie anscheinend gerade nicht da. Dann fliegen wir weiter. Und zwar das nächste Pet, was wir uns angucken wollen, ist hier dieses Titankügelchen. Und das Titankügelchen droppt von Echo von Misrael. Und Echo von Misrael, ja, spawnt normalerweise hier. Sie scheint anscheinend auch gerade gekillt worden zu sein. Und wir sind hier auf den Koordinaten 57, 35. Dann das nächste, was wir uns angucken wollen, ist dann einmal, wo haben wir es denn? Das hatten wir schon. Von hier Frostruck. Und dieser läuft hier einmal durchs ganze Gebiet durch. Und zwar läuft er wirklich von hier oben komplett bis hier runter. Der läuft eigentlich alle von diesen, ja, von diesen Elementarspots ab. Hier sind ja mehrere im Gebiet. Und vielleicht finden wir nachher noch, hier oben sind zwei direkt nebeneinander. Da geht das ganz gut. Hier oben habe ich ihn schon ein paar Mal laufen sehen. Da muss man einfach ein bisschen, ah, seht ihr, da oben spawnt er nämlich auch. Da haben wir nämlich den Werten Frostruck. Hatten wir gerade Glück, dass er hier gespawnt ist. Den kann man, wenn man eine Gruppe hat, auch ganz gut zu einem von diesen anderen Rares hinziehen. Also theoretisch kann man Frostruck auch hier runter zu Misraela ziehen. Ah, ne, das ist okay. Da ist der Feuerelemental gespawnt. Ich dachte, sie spawnt, aber sie ist hier dementsprechend auf dem Spot. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar, ach, da ist übrigens auch einer von den Mountbossen. Da hatte ich auch schon ein Video zu gemacht, ne. Bloß jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Pets. Das war, ach, schau mal, da haben wir das nächste. Venomarus heißt der. Und das ist eine Spinne. Und selbstverständlich droppt er sich auch selbst wieder als Pet. Wobei hier die Spinne ist ein bisschen heller als der Ramob an sich. Das war jetzt etwa auf den Koordinaten 55, äh, 54, etwa hier, über dem Goschekshof. Dann fliegen wir einmal ein bisschen nach unten. Und zwar müssen wir jetzt zu einem Ogre. Und, ähm, da kriegen wir den Kreischling. Und zwar Menschenjägerrock heißt der. Und jetzt müssen wir bloß gucken, der Menschenjägerrock ist nicht dieser Ogre, sondern er müsste hier oben sein. Ähm, beziehungsweise er läuft immer, also hier spawnt er an dem Lagerfeuer. Und er läuft immer einmal nach unten. Ah, ja, und ihr seht, hier liegt Menschenjägerrock. Und dieser droppt dann quasi einmal uns diesen schicken Kreischling. Und den hat er übrigens auch dabei. Und der greift auch mit in den Fight an. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Der haut relativ gut raus. Hört immer so Salven auf dem Boden. Hatte ich schon mit meinen Twinks ein bisschen Schwierigkeiten, den umzuboxen. So, dann fehlt uns nur noch einer. Und zwar ist das Foul-Feder. Und der droppt hier vom Seuchen-Feder. Und dieser Rare Mob befindet sich hier bei den Koordinaten 37, 63. Und der fliegt einfach quasi hier immer außenrum. Das sind jetzt nur die neuen Rare Mobs gewesen, die Pets droppen. Ähm, es gibt dann noch 5, nee, beziehungsweise 6 Mounds. Da hatte ich schon ein Video gemacht. Und nochmal eine Handvoll Toys. Jetzt wollen wir mal hier mal gucken. Arati, Hochland, 3, 6, 9, 10, 11. 11 Toys gibt es da noch. Beziehungsweise dieses Droppen, glaube ich, vom World Boss sind es 9 Toys, die nochmal von Rares droppen. Also ihr könnt hier eigentlich jeden Rare Mob unboxen und könnt irgendwas kriegen. Ähm, zu den Toys mache ich dann nochmal eigene Videos, wo ich es ja dann auch zeige. Aber wie gesagt, Pets jetzt einmal abgehandelt. Und Mounds hatte ich ja auch schon im Video behandelt. Das werde ich euch dann gerne auch nochmal verlinken. Ja, das war's damit. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein paar Pet Drops habt. Solltet ihr kein Glück haben, könnt ihr euch auch sämtliche Maha kaufen. Einige hatte ich mir auch im Auktionshaus gekauft gehabt. Und vielleicht jetzt noch eine kleine Anmerkung. Ähm, wie die Rares gesätten vom Loot Table her. Und zwar ist es so, dass ihr sie ja nur einmal killen könnt, solange sie... Oder ihr könnt sie mehrmals killen, aber ihr kriegt nur den Loot, solange sie einen Rare Balken um sich rum haben. Also sprich hier, dass nicht gelb ist, sondern silber. Dann kriegt ihr Loot, wenn das gelb ist, dann habt ihr es ja schon gelootet und kriegt kein Loot. Das gesättet erst, nachdem die Warfront wieder von eurer Fraktion eingenommen wird. Heißt, äh, erst nehmt's zum Beispiel, wenn ihr jetzt Ali seid, die Horde nimmt. Die Warfront einbraucht erst vier Tage, bis sie die Ressourcen zusammen hat. Dann braucht sie sieben Tage, wo sie das BG spielen kann. Und dementsprechend, ähm, sind's dann schon elf Tage, die ihr warten müsst. Dann ist es so, dass, äh, ihr wieder angreifen könnt. Ihr müsst vier Tage Ressourcen sammeln. Heißt, äh, haben wir nochmal vier Tage drauf. Und dann müsst ihr sieben Tage wieder, oder könnt ihr sieben Tage das BG spielen, wo ihr dementsprechend, ähm, ja, dann angreift. Und erst dann habt ihr wieder die Warfront. Und also es kann theoretisch, wenn ihr es gleich am ersten Tag, wo ihr es einnehmt, die Rares umhaut, dauert es 22 Tage im Normalfall, bis ihr wieder die Rares umhauen könnt. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Es kann auch länger dauern oder kürzer, je nachdem, ob ihr schneller die Ressourcen zusammen habt. Aber die sieben Tage, die die gegnerische Fraktion braucht, beziehungsweise ihr, die sind immer fix über das BG. Okay, ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen helfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.